Der Server kommt einfach nicht klar. Das hat der Server echt nicht verdient, dass wir den so misshandeln. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von To-Woo. Mein Name ist Sonnepi und im Hintergrund seht ihr ein paar Pinatas-Schlachten, während ich meinem kurzen Chaos-Kissen öffne. Mal schauen, was wir heute bekommen. Das ist eine Aura auf jeden Fall, die da drin ist. Wir versuchen die mal rauszubekommen. Na ja, immerhin so ein paar Ankommen sind immer ganz cool. Jetzt kommt der Karma. Nein, das war der Trolling Trawler. Das ist nicht mein Favorite. Uh, heute muss ich sehr viele Kisten öffnen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mal gucken, was jetzt für ein Karma kommt. Das war der Teppich. Den habe ich auch schon. Oh, heute habe ich kein Glück. Das ist nicht geil. Das ist, bäh. Da war es. Abbrechen. Ich habe nur 18 Kisten. Schade. So viele Kisten ausgegeben für eine Aura. Die Aura selber zeige ich aber nicht, weil, naja, die muss man irgendwo drauf machen. Vielleicht in einer nächsten Folge. Jetzt momentan auf jeden Fall Pinatas. Das Event da oben rechts. Das ist auch neu. Defeat Shadow Pinata Invader. 100 Stück. Hier im Club sind jetzt schon die ersten Pinatas, die man rausbekommt. Ne, das sind also nicht die Invader. Keine Sorge. Da sehen wir gleich noch mehr. Wir zappen jetzt mal erstmal nach draußen. Und, äh, genau. Dann sind wir im Candy-Biom. Also das war jetzt für mich das leichteste. Ich habe die auch in allen anderen Biomen schon gesehen. Ich fand aber irgendwie gefühlt war das hier das Beste. Ich war in U2 also zwischendurch mal irgendwas schlagen. Bei mir jetzt, ne, ihr kennt den Speed-Bild, wenn ihr den nicht kennt. Ich glaube in meiner Infineum, also in meiner Weekly Contest Infineum Tutorial-Folge, dort könnt ihr dann den kompletten Bild sehen, den ich hier spiele. Mit dem Neon-Linia wegen Geschwindigkeit und alles. Und ja, wir werden jetzt hier einfach ein paar abschlachten. Dann skippen wir das Ganze. Wir bekommen in der ersten Belohnung, also nach der ersten Quest, nach 100 Stück von diesen Invaders, bekommen wir 5 Chaos-Kisten. Und dann müssen wir 200 geworfene Pinatas killen. Das ist natürlich das leichteste, wenn man das im Club macht. Das habe ich jetzt leider schon fertig gehabt, schon bevor ich die Folge aufnehmen konnte. Deswegen zeige ich euch nur ganz kurz einmal unsere Pinata-Party, die am Abend da war. Und das Schlimmste daran ist, der Server hat einfach, kam nicht mehr mit, auch wenn ich mich zwischendurch bewegt habe. Und naja, ihr müsst mal darauf achten. Ich glaube, das sieht man nicht. Also als Zuschauer merkt man das nicht. Aber ich würde so oft einfach rum, also ich stand einfach rum und wurde nach links, nach hinten, nach vorne, nach rechts. Also einfach so von der Stelle her gebootet. Und naja, es hat sich auch nichts mehr bewegt, wie man da sieht. Wir haben einfach den Server zum Absturz gebracht. Der Ping war einfach, bäh. Das Ganze hat, ich werde auch ein bisschen vorspulen natürlich, weil das dauert noch. Das Ganze hat über 20 Minuten gedauert. Zum Schluss hin, wo es nicht mehr so viele waren, also Pinata gleichzeitig geworfen wurden, da hat sich der Server ein bisschen beruhigt. Naja, und was bekommt man? Man bekommt 5 Empowered Gameboxen. Und danach sieht man ja jetzt hier ganz gut, oben rechts, 25 da mit Dragonite, wenn man weitere 500 Stück besiegt. Was kann man noch machen? Man kann im Hub gehen. Dort findet ihr einen Händler, an dem ihr Sachen kaufen könnt. Ich blende mal noch ein Bild ein von den ganzen Sachen. Denn ich war da jetzt gerade, ich war in der Folge nicht da. Aber ich habe auch keinen Bock, jetzt noch ein Stück aufzunehmen. Und deswegen, ha ha, voll als Sieg. Aber ich habe ein Bild. Ihr könnt dort das Pinata Tower Mount kaufen für 1000 Coins, Dormen World Spring Dragon Egg für 2000 und die Hyped Up Pinata für weitere 2000 Pinata Coins, meine ich natürlich. Habe ich Dragon Coins gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Pinata Coins. Die Pinata Coins kommen, ich glaube ein oder zwei oder so kommen raus, wenn ihr in der Nähe von Pinatas seid, die besiegt werden. Und selber bekommt man, ich glaube 5 oder 10 oder so. Also ich weiß nicht ganz genau jetzt, auf jeden Fall deutlich mehr, wenn ihr selber Pinata schmeißt. Also, wenn ihr das Ganze, das Event gut abschließen wollt, dann sammelt Pinatas als allererstes natürlich und kämpft gegen euch an. Freitagabend um 21 Uhr kommt ihr im Club, Sanepi Club natürlich. Und wir wollen dann dort gemeinsam eine Menge Pinatas raushauen. In den Pinatas selber sind Mounts drin natürlich, Celebrity Pinata kommt als Mount raus und ich glaube Wings sind auch dabei. Diese Lively Launcher, könnte ich mir vorstellen, dass die dazugehören, weil zumindest droppen Wings, aber ich weiß nicht genau, ob die das jetzt sind. Selber habe ich noch keine gedroppt bekommen, aber ich glaube, das sind diese Lively Launcher. Auch die Mounts werde ich dann in einer späteren Folge nochmal vorstellen, und die, die ihr euch kaufen könnt. Ich habe die zwar schon, ich könnte die schon zeigen, aber wir wollen ja nicht alles in einer Folge unterbringen. Stellt euch das mal vor. Dann gibt es ja morgen nichts zu tun und übermorgen. Das wäre so doof. Na gut, auf jeden Fall habt ihr jetzt das Event gesehen. Ich zeichne noch ein Stück hier von Pinata Party. Der Server kommt einfach nicht klar. Das hat der Server echt nicht verdient, dass wir den so misshandeln. Und das Ganze wollen wir am Freitag um 21 Uhr wiederholen, aber in etwas größer. Und dann natürlich in einer Pinata Grube. Die Pinatas hier waren ein bisschen schrecklich, wie nervig die immer außerhalb waren. Na gut, ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von True. Ciao. Ciao.